Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT mit allen aus dem Team und es ist die allererste TTT-Aufnahme im neuen Jahr. Wahnsinn! Ja, wir haben so ein Sprint-Plugin. Ja, das haben wir schon immer, aber das hatte wohl ein Abdeck. Das Jahr muss man richtig schön einleiten, ja. Mit ner Taube. Dalu hat Jay mit ner Taube gemacht. Wo denn? Ich hab Dalu gemacht. Ja. Oh Gott, wer ist ne andere? Ist das Peter? Okay, es war Peter. Äh, das war oben. Das war ja gar nicht unten. Da hast du den Abram oben weggeschrodelt. Das müsste Peter gewesen sein. Nein. Ja, hier sind voll die Leichen. Oh, verdammt! Boah, schade, sehr schön. Boah, schade, dass das nicht geklappt hat, ey. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Boah, ich kann den Peter vergessen immer wieder. Ja, da waren die da, die Schweine. Ich hatte mir gedacht, wenn Jay jetzt der Erste ist, den ich seh, dann nutze ich die Taube, sonst mach ich irgendwas anderes. Das sieht voll cool aus. Das ist voll fies. Die hängt aber nur noch bei dir da, also zumindest an mir hängen sie nicht. Ich wollte das Jahr gut einleiten, hat nicht geklappt, soll jetzt noch mal wieder. Boah, Peter, Peter behauptet seiner schauspielerischen Leistung, boah, hier liegen voll viele Likes. Ich war das nicht, nein. Peter hat es nicht mal versucht zu wehren, das konnte ich gehen. Fehler wurden begabelt. Da ist das springende Vieh. Das ist oben. Das leiten wir jetzt richtig nice ein, Dalu, oder? Ich dachte, das wäre unten gewesen, zumindest hörte sich das am Anfang so an. Wenn ich tot bin, dann Dalu weg. Oh, Dalu, du machst mich jetzt gleich, oder? Ich hab nur ne Sniper, ich muss erst kaufen. Oh, Bram ist Traitor. Bram hat sich nicht hier, weißt du? Was hab ich? Bram ist Traitor. Du hast es nicht, nein. Hast du noch nix? Ich brauch noch ne Waffen, Peter. Unten gibt's keine Waffen, oder was? Oh, Alter. Verwirr mich doch nicht, Dalu, mit den ganzen Leuten hier. Ja, Bram! Auf Sepp und Dalu! Bram hat ne Taube gehabt! Hast du das, Christian? So, Bram hab ich. So, zack, der isset. Moment, wieso liegt denn hier ein Toter und du rennst von dem weg? Was hast du Dalu gehabt? Ich hab die voll abbekommen, die scheiß Taube. Hast du gerade Rache genommen, mein Freund? Nein. Okay. Ich hab die Taube komplett abbekommen, ich bin dir deaf. Ja, dann wär's ja Peter. Ja, oder du. Weil Sepp nicht mehr redet. Peter ist hinter einem. Peter ist hinter einem. Peter ist hinter einem. Oh, nein! Der hat irgendwas geblendet unten. Lass mich doch nicht alleine! Oh, nein. Das ist doch alles scheiße jetzt. Renn weg! Renn weg! Renn weg! Renn du auch, du Bitch! Was? Was? Okay. Okay. Ich bin so tot. Ich hab doch keine Schwangersätze ver- Ich weiß nicht, wo ihr gestorben seid! Der Stolz hatte mich gerade um die Hacke, Alter! Ich weiß nicht mal, wo ihr wart! Boah! Ich bin tot. Okay. So, Moment. Was soll ich kaufen, Peter? Radar! Ja, warte, ich muss mich erstmal halten. Nachladen. So, jetzt ist mir egal. Irgendwann, um ihn zu killen. Vielleicht wollen wir sehen, wo der ist? Weißt du, wo der ist? Nee, also dann wäre er da vielleicht ganz gut. Boah, dann hol ich den Radar. Der ist unten. Oh, der ist unten mit uns. Pssst! Ich hab mich ja schon Rülpsen gehört. Moment, hier. Komm, Peter! Boah, ich hab keine Waffe, das ist dir bewusst, oder? Ja, dann hol dir doch hier oben schnell eine! Wenn der unten ist, der Bungo. Alter, hier. Das ist nicht falsch. So. Okay. Jetzt machen wir kurz. Da ist er! Er ist hochgebrochen! Oh shit! Alter! Wir haben ja keine Chance gehabt, ey! Wo war denn? Wo ist denn Christian? Wo ist der Radar? Das wäre so geil gewesen, wenn du Peter einen Headshot gegeben hättest. Dann wäre das genau dieselbe Runde gewesen wie vor. Boah. Ich hab mir deutlich gefallen, dass er am Wiederbeleben war. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich mehr Zeit fürs Schießen genommen. Ich dachte, der plantet da irgendein anderen Kram. Nee, ich hab gerade an Bram rumgespielt an meinem Bro. Ich weiß auch, wie lange er dafür gebraucht hat. Erst lag ich auf der Schrägen auf. Der Schrägen kann man nicht wiederbeleben. Nämlich, ich bin nach unten. Alles klar, bin nach unten genommen. Oh nein! Ich hatte die ganze Zeit so Schiss einfach nur. Er hätte einfach kommen können und mich töten können. Ja, ich hab halt nicht gewusst, wo Bram getötet wurde. Ich wusste halt ungefähr, wo die Taube herkam, logischerweise. Das hat halt nicht geholfen. Ich hatte 5 HP noch, als ich Bram wiederbelebt habe. Oh nein! Aber Sepp, weißt du, du solltest schießen. Ja, ohne Scheiß! Ich wusste doch, dass du Traitor warst, dass du nicht lügen konntest einfach. Wusstest. Guck mal, wie sind mir alle hinterherrennt, die Schweine. Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Da darf ich nicht reinlaufen, Peter. Warum? Oh, ich würde auch nicht langlaufen. Oh, überall Feuer. Aua! Überall Feuer. Oh, da ist was explodiert. Bram hat die Brandfatsch geworfen. Ja, ich hab das vor, komm, ich hab das vor dreimal angesagt. Irgendeiner von uns ist der Traitor. Mit Sicherheit. Hilf! Irgendeiner von uns ist der Traitor. Muss nicht sein. Wie viel seid ihr? Vier oder fünf? Wir sind vier, glaube ich. Das wäre jetzt krass, wenn ihr unten alle innocent wären. Aber das ist nicht so. Vielleicht sind sogar zwei Traitor hier unten. Es kann sehr gut sein, dass da zwei Traitor sind. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich mal nicht... Jetzt bin ich mal nicht... Okay. Okay, Sepp. Boah. Alter. Dalu, mach keinen Quatsch! Ja, du hast ihn drauf in der Hand. Jetzt sag das doch nicht! Okay, es sind alle anderen tot. Hier liegen zwei Leichen. Ja, ich wollte sagen, dass alle tot sind. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir sollten am besten lange Gänge offen halten, damit er da durchlaufen muss. Wir sollten hier bleiben. Du trägst die Dinge ins. Ja, okay. Ich guck hier hin und du... Ja, okay. Easy peasy, Leute. Ich mach euch auch so easy. Er ist über mir. Hey da, hallo. Du musst schnell... Ich hör' ihn. Du musst schnell zurückkommen. Vielleicht macht er mich fertig. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Doch, ist gerade draußen langgelaufen. Ich will dich vielleicht töten. Das ist dir bewusst, ne? Du hörst, dass Sepp noch lebt, oder? Ja, ich weiß. Aber ich werde dich trotzdem gleich töten. Ja, keine Angst. Ich spring schon weg. Kein Ding. Nein, alles easy. Wo ich jetzt einfach... Chiep, chiep! Er ist immer noch hier oben. Was mache ich schon? Immer noch oben. Das wäre schon knusprig, wenn ich dir jetzt die Taube in den Kopf hauen würde. Muss ich sagen. Da hab ich schon ein bisschen Bock drauf. Was ist jetzt los? Das war komisch. Ah, finde ich. Wow. Wir haben ihn. Ich bin echt ein bisschen... Ich bin mega enttäuscht jetzt. Das war ja das enttäuschendste, was ich je gesehen habe. Was ist denn da passiert? Was verdammt denn jetzt? Man kann nicht da runterschießen. Man trifft vorher den... Das war ja mal das Worst-Case-Szenario. Ich hab mir so schöne Sachen ausgemacht. Wir haben es doch. Die Taube an den Kopf. Ich töte... Ich töte nur Dalu und Sepp gewinnt am Ende. Aber... Das hast du ja echt nicht gehört. Doch, ich hab den da gerade noch mal kurz gehört. Scheiße, wieso kann man denn... Aber dass Sepp sich dann umbringt im Selbstmord zu... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ey. Das ist jetzt echt ein bisschen toll. Vor allen Dingen Dalu... Wir haben ihn. Ich hab kurz überlegt, ob das klappt oder nicht. Ich wusste, dass... Wir haben uns alles geklappt. Er hatte keine Wahl, als sich umzugehen. Dalu hat sich teleportiert mit Traitor. Oh Mann ey. Ich will ja nicht... Ich will ja auch mal Traitor sein hier. Als ob das hier so ein Traitor-loses Jahr ist. Traitor-loses Jahr? Ja, wenn die folgende Traitor-Wür ist das Jahr vorbei, ey. Ey, warte mal. Ey, ich will einen Traitor direkt machen. Da ist Peter. Hau ab, Alter. Boah, Alter. Mach den einfach. Der ist Traitor. Boah, Peter ist Traitor. Der hat eine Waffe gewechselt. Ne, Peter ist kein Traitor. Der musste die Waffe wechseln. Der musste die Waffe wechseln. Nein. Ich nix, Traitor. Bist denn da? Christian. Da, du tue nicht, ey. Der Nikolaus ist da. Da, du. Na, Taube in der Hand. Da, du. Na, Taube in der Hand. Du Mixer. Hat er wirklich? Ja, hat er wirklich. Nein, hab ich nicht. Peter, jetzt war kein Quatsch, ey. Du hast zweimal auf mich gezielt, während du in der Rakete warst. Ich hab mich immer wieder hinter dem Haus gesteckt. Sepp ist es. Sepp unten, Lego. Unten, Lego. Unten drin ist Sepp, der schießt auf mich. Unten. Mann, unten am Shelterraum. Das ist ja gut. Mein Gott. Bram verfolgt mich. Wenn ich jetzt explodiere, bist du beschadet. Sepp ist auf jeden Fall safe, der. Okay, Jay ist safe tot, glaub ich. Sepp auch. Ich confirm ihn schnell, weil Bram mich erschießen will. Okay, das ist gut. Ich dachte erst, du hast Dings gekillt. Ich will übrigens mal merken, dass er noch geschossen hat, nachdem Sepp tot war. Hat er doch vielleicht auch. Vielleicht haben die sich gegenseitig gekillt. Nee, nee, nee. Du hast auf jeden Fall geschossen, als Sepp tot war. Ja, als Sepp tot war. Aber ich wusste ja noch nicht, als Sepp tot ist. Ich hab's gesagt. Ja, wow. Du hast es gesagt. Dankeschön. Hallo, sehr gut. Du bist zum Eingang gegangen. Mhm. Okay. Habt ihr die Leiche gut versteckt? Ja, alles gut. Die Leiche ist richtig gut versteckt. Christian ist auch unten. I know. Aber es gibt keinen Grund, unten zu sein. Christian ist nicht mehr unten. Ich geh nicht mehr nach unten. Ich geh nicht mehr nach unten. Oh nein, oh Gott. Ah, er geht mich wirklich umregend. Oh Gott. Melon. Um die Ecke rum. Warum? Der ist oben. Ja, ne Melon um die Ecke rum. Der kann nur oben sein. Die Melon ist aber hier unten. Ach so. Ja, aber es ist doch egal, dass da hinten ne Melon ist. Der trinkt gerade. Er trinkt gerade. Ja, das ist schön für den. Soll er sich noch zischen? Ist auch okay. Hinter uns. Schön, ich die Leute nicht. Wie hast du dich da angeschlichen? Ja, durch den Traitorraum, oder? Ja, genau. So, da hab ich gleich mal dran gedacht. Weißt du, hinter mir triff ich um. Voll gut, ey. Seh erst keinen. Der mir so, hör da, du verarscht mich. Ja, hör lol. Hat Dado auf dich geschossen, Bram? Kann das sein? Ja, ne. Ich hab beide angeschossen. Bei mir sah das klasse aus. Ich hab beide angeschossen. Volle kleine Eindruck gegeben. Ich weiß nicht, Chris, der hat mich dann aber auch nicht getroffen. Ich hab immer 86 HP. Ja, Dado schießt ja auch nicht so gut. Das wissen wir ja. Ich hab beide mit Dash Rot getroffen. Sein Kiegel-Augen hat natürlich... Ne, also ich bin das einzige Mal nicht getroffen worden, als ich zu Sepp gelaufen bin, und du mich dann angeschossen hattest. Oh, blöse. Sieht man die so gut an, oder? Oh, meine, oh, meine. Die Mellon hast du da, das war ja ein komplett dunkler Gang, und dann ist ja dieses rote Gesicht. Da sind ja die Kreise und der Mund. Jaja, das hat ja geleuchtet. Naja, ja. Das ist doch gerade einfach enttäuschend. Ich krieg nur auf den Sack. Leuchtet doch nicht die Wandpedale. Ich will die ganze Zeit hin und sterbe als erstes. Das ist doch scheiße. Jetzt bist du bestimmt Schmelter. Brahmen bei mir. Fick dich, Brahmen. Oh, ich geh gleich nach oben. Du bist nicht nur Trailer bestimmt. Peter. Machst mich gleich. Na ja, von hier oben. Mies. Pass auf. 3, 2, 1. Jetzt tot. Was ist das? Geh weg. Was? Ach das ist Peter. War das gar eine Taube? Oder war das einfach nur eine Disco? Ja, das war eine Taube. Ja, das war eine Taube. Ja, da ist das. Ja, Lu? Ja. Nein, Quatsch. Wer hat nix gemacht. Jay? Ja. Okay. Dennis? Was ist denn? Hab ich irgendwas verpasst? Hab ich irgendwas verpasst? Das ist eine Disco oder eine Taube. So. Dann wollte ich nur bis dahin hören. Das war echt cool. Das war meine Taube. Alles gut. Ich bin auch hier. Keiner ist im Traitor Room. Hier kommt gleich irgendwo eine Taube geflogen. Und das weißt du, weil du da drin sitzt oder was? Ja. Genau das. Nee, du kann man ja auch machen. Kommt eine Taube geflogen. Ich bewache hier unten den Traitor Room. Irgendwie... Ja, weil Jay noch überlegt. War mal angenehm. Jay muss seine erste Traitor Runde 2018 gut planen. Peter hat auch Schrotflinte gewechselt, der kleine Snatcher. Peter will nämlich... Peter hat sich gemoved. Der war eigentlich am Sniper. Peter hat sich gemoved, Junge. Peter hat sich gemoved. Er läuft jetzt in die Polizeistation rein sofort. Wo sehen die mich denn alle? Ich seh dich auch, Peter. Wir seh dich alle. Alle gucken auf dich, Peter. Da kommt gleich eine Taube. Kommt ein Peter geflogen. Hinter mir? Okay. Peter geht nach unten den Traitor um. Nee. Doch, Peter. Okay dann nicht. Ich glaub... Ist keiner... Seid ihr alle oben? Peter ist gerade untergegangen. Peter ist gerade untergegangen. Ja okay, Peter. Mach keinen Quatsch, ja. Peter... Peter und Jay sind gerade aneinander vorbeigelaufen. Wenn einer von beiden Traitor ist, knallen wir den anderen auch ab. Okay. Weil wir aneinander vorbeigelaufen sind. Ihr wart gerade alleine unten gewesen. Oh ja, er wird mir sogar hinterher gelaufen. Ich hab sogar Peter gecallt. Ich versteh deinen Punkt. Da kommt auch gleich irgendwas gefahren oder geflogen. Ihr wart gerade alleine unten. Ihr hättet euch locker abschießen können. Ja, aber warum sollte ich denn Peter abschießen? Weil es einer von euch Traitor ist, meine ich. Hättet ihr euch abgeschossen. Weil das war gerade ein Gratuskill. Diese Runde ist keiner Traitor. Alter hab ich mich erschrocken, Peter, ey. Alter Vater. Leck mich am Arsch. Peter zieht seine Bahn. Oh, guck mal, er ist wieder da, du krass. Herr Bram, wo bist du denn? Ich mach wieder Platz. Ich lebe hier hinten rum. Was? Warum läufst du Jay mal lang? Ich hab keinen Bock, dass einer... Ich lege die ganze Zeit im Kreis. Ich geh wieder da runter. Ich geh wieder da runter. Ich geh zu da runter. Der Bram wird beschossen. Ich werd beschossen. Deutsch? Wir werden beide beschossen. Der Bram wird beschossen. Wir wurden von was anderem beschossen. Ich werd beschossen. Von Jay! Ja, nur nicht. Ja, von Jay. Nehmen wir das... Da ist er noch umgefallen? Verarschen wir jetzt nicht, Christian. Mach kein Quatsch bitte. Da hinten liegen welche. Oh Gott, ich wär den Rücken geschossen. Wir verstanden das Jahr 2018 doch ganz nice. Oh, Christian, wo bist du? Jawoll! Nice, Peter. Guck mal, wie hast du die denn alle weggemacht? Ich möchte aber mal sagen, dass ich Rechte gehabt habe. Ich hab Bram versteckt, abgeschossen. Und Bram hat gedacht, das wäre Sepp gewesen. Und dann haben die sich gegenseitig angeschossen. Dann hat, glaub ich, Sepp Bram erledigt. Ne, ich hab Bram erledigt. Aber Sepp hat Bram, glaub ich, angeschossen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren die auch im Clinch-Kurs. Nein, Bram hat mich angeschossen. Irgendwer hat irgendwen angeschossen. Ihr wart auf jeden Fall im Clinch-Kurs. Verwirrt. Und dann hast du noch Dalu gemacht. Und in der Sekunde krieg ich halt Damage. Da dachte ich mir, was ist das für ein Wichser, Alter. Ich dachte auch so, guckst du Bram an, guckst du weg, kriegst du Damage. Irgendwas stimmt hier nicht. Das war genau der perfekte. Das war Lack. Das war Lack. Glücklicher Zeitpunkt. Ich hab mir schon voll den Plan ausgehackt mit Teleporter platziert und allem. Und auf einmal sind alle tot. War Dalu richtig predicted. Die richtigen beiden da verdinkt. Ey. Ich will da aufrufen. Peter war auch super. Ja komm doch. Ja, Christian. Christian, Christian. Dalu, Dalu. Oh fuck, Alter. Jetzt können wir ihn fertig machen. Er kann nicht ausmachen. Voll gebrochen. LOL. Alter. Alter. Ich wusste nicht davon. Hast du gerade auf mich versucht zu schießen? Ich wusste nicht, dass du weißt, Alter. Der Schuss hab ich bis oben gehört, ey. Alter. Ich hab gedacht, du wärst da hinten noch mit Dalu. Vier Leute sind jetzt unten. Ram, geh mal, geh mal durch. Jeder ist auch unten. Hallo. Na. Dalu. So. Oh. Wo ist der? Ja, der ist tot. Nice. Moment, der ist aber an der Lemon gestorben, oder? Der ist aber... Moment. Wie ist Peter denn noch gestorben? Okay. Das ist doch scheiße jetzt. Alter, das war mal ein anderes einfallen als immer die Taube. Ja, aber die funktioniert doch nicht. Viel schlimmer ist es doch mit der Taube nicht zu trennen. Hahaha. Geschwänzer. Jetzt fühlst du dich doch mit. Ja, ich dachte, Christian ist schon tot. Entschuldigung. War das gar nicht ein Teleporter-Sound? Bram, hattest du einen? Ja, das war ein Teleporter. Nee, ich hab keinen Teleporter. Das war aber ein Teleporter-Sound. Das war aber ein Teleporter-Sound. Das kann ja sein. Heute machen wir doch einfach folgendes. Ah, er ist im Traitor-Raum. Das ist ein Traitor-Raum. So, kommst du mit, Alu? Ich hoffe, ich hab dich gesehen. Weg, weg. Warum denn? Da sind so... Ach, egal. Soll ich dir zeigen, wer das geht? Pass mal auf. Komm mal mit. Kannst du merken. Oh. Achso, lol. Warte. Das wär jetzt geil gewesen. Das wär super. Das wär jetzt so fett gewesen. Hier, das hier. Hahaha. Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist draußen. Das ist halt der Shit, ey. Das ist der Sauna, ey. Oh, die Zockwiesen, Alter. Ich dachte, hier war's das... Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, geil, ey. Seitdem bist du gestorben? Ähm... Von hier. Ich hab dich gekillt, während ich auf dich zugesprintet bin. Noch mit einem Schuss, Junge. Das war mal direkt vor Rot, ey. Das war neustisch, ey. Fuck, haben wir mich erschrocken. Rammert gewonnen. Erster Sieg im neuen Jahr. Jawohl. Nice. Nice one, Bram. Schönen 30 Points. Ich gefolge von mir. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Und äh... Wir sind in zwei Tagen wieder bei TTT. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.